Los, wen haben wir alles da? Wir müssen Miro holen, Krankenhaus 1. Wo ist Miro? Krankenhaus fucking 1. Tolga, du hast es geschafft. Lass uns zu Krankenhaus 2, aber ganz schnell. Wir haben noch ein Flatello verloren, das liegt alles an uns. Wir befreien jetzt Miro und dann holen wir euch. Komm rein! Miro, bist du drin? Ja, ne, ich bin drin, ich bin weg. Bruder, wir müssen hoch. Lass, lass direkt. Ja, schieß sie weg, Bruder. Ja, ich fliege, ich fliege, ich fliege, ich fliege, ich fliege, ich fliege. Ja, ich fliege. Ah, wir fucken, Bruder, wir müssen einen Notplan machen. Runterspringen, fucken sie ab, Bruder. Ah, die Fotzen fixen, Bruder, ah, fuck fixen, Bruder. Fuck, die verreicht. So, alles gut, kalt sie bitte Blatt machen. Bitte, Miro. Mach die Fotze kalt. Miro, es piept. Miro, wir verlieren dann Höhe. Es piept. Ich bin raus. Ich bin gerade an einem Ort, der nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Sagen wir es mal so. Okay. In Los Santos brennt gerade die Hütte. Kann das sein? Ja, ich wüsste nicht warum. Ich auch nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade einen umgelegt habe, ne? Auf dem Friedhof. Du hast Vito umgelegt? Ja, was ist das gar nicht dafür, Jolo? Weiß ich nicht. Kannst du dich mal informieren? Na gut. Mir wurde aber auch was erzählt, Hakan, darüber müssen wir reden. Worüber denn? Komm ins Café. Ich werde dich jetzt anrufen und wir werden uns wahrscheinlich treffen, wenn du kannst, okay? Ja, okay, bis gleich. Bis gleich. Dem würde ich genauso wenig trauen, Sunny. Ich habe da was gehört, das gefällt mir nicht so, ne? Nein, ich habe sein Pär so gezogen, ne? Kann ich dir so schon mal sagen. Wann? Äh, gestern. Gestern. Er hat überlebt. Er hat überlebt. Was in Phase hier? Was Phase ist? Krieg, Nicole. Guck mich an. Wie ich rumlaufe. Ich bin ein Obdachloser. Danke. Alles gut. Jungs, wie sieht es aus? Könnt ihr mir bitte Feedback dann geben? Wer lebt denn noch? Was ist passiert, Digi? Wo ist Miro, Alter? Ich weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Irgendwo Richtung, äh, Schrottplatz unten in Davis. Aber wenn ich da hingehe, dann, äh, sind direkt Ballers. Die gucken, bis sie sterben, anscheinend. Bin in einem, äh, so Volt unterwegs, schwarz. Musst du... Alles gut? ...wegrücken, sonst wär das die ganze Zeit, äh, am, am Tuchen. Am Mittag, sagen Sie mal, in welchem Krankenhaus lieg ich? Ach, KH1. Krankenhaus 1, Krankenhaus 1, fuck, fuck, fuck. Jungs, bitte. Wen haben wir alles da? Wir müssen Miro holen, Krankenhaus 1. 1, okay, ich bin unterwegs. Halt, stopp. Wir müssen jetzt geschlossen gehen. Wer ist alles da? Nur wir zwei? Ja, ich glaube schon, ja. Ach, nein, Bruder. Ich hab noch zwei von der SU in meinem Auto. Scheiße, Mann. Niro, wenn da Ballers, wenn da Ballers sind, huste. Ne. Bruder, jetzt liegt alles an uns. Ich komm jetzt mit dem scheiß Yachten. Wir holen den scheiß Miro da raus, ja? Kein Spaß. Wir treffen uns jetzt aber. Warte, wir treffen uns wo? Ich bin jetzt gleich, äh, am Business-Tower. Warte, hol mich, wir müssen zusammen jetzt. Komm, warte. Holger, steig, geil. Schick mir der SNS. Ich meld mich wieder, Nikolaj. Ich komm gleich, ich muss meinen Don retten. Wo ist Miro? Krankenhaus fucking 1? K2, ja. Krankenhaus 2? Äh, Flatello, Bruder, bitte bewaffne dich wie Rambo jetzt. Guck mal, das ist ein scheiß Ding. Ein Helikopter auf Krankenhaus Dach 2 kommt. Wir brauchen einen Helikopter auf Krankenhaus 2, hast du gesagt? Ja, ja, 2, 2. Krankenhaus, hol einen scheiß Helikopter Krankenhaus 2, bitte ganz schnell. Helikopter Krankenhaus 2. Ich funk durch, ne? Ja. Wir können nicht aufs Anwesen. Wo ist der scheiß Cargobob? Auf unserem Anwesen. Nein! Flatello, hast du ein Flugzeug? Einen Helikopter? Ich hab einen Cargo, ja, am Anwesen. Bei SCU. Soll schon holen? Schnell den Cargobob holen, bitte. Okay, ich hol den. Ich bin unterwegs. Miro, zücker das so lange, es geht raus, bitte. Ich bin müde. Ich guck mich hin, wie ich hier mit einem fucking Helikopter bin. Miro, Jackpot, bitte zücker das raus. Der Cargobob kommt gleich. Ich hab Sonny am Telefon. Der versucht ein Cargo aufm Dach zu bringen, damit wir hierherbekommen was. Das geht ganz fazi jetzt. Du musst es nur raus zögern. Ja, ich versuch's bald. Ja. Ich will mich stören, aber wenn sie... Ich werde beschossen, fuck man. Sie sind hinter mir her, zwei Worte schwarz. Nein. Von irgendeiner OG von denen, ja. Uwe und Hakan ist natürlich... Oh, Mann! Wenn sie mich hier aufs Dach bringen, dann... Ja, die schießen wir schon wieder. Ist der Cargobob aufm Anwesen? Unser, ja. Wir müssen da jetzt ganz schnell reinhallen. Wir sind aber noch an demis anwesen. Gibt alles einen Cargobob zu besorgen, bitte. Wenn nicht, geh ich jetzt schnell. Weißt du was? Was, Tolga? Kannst du ein Cargo holen? Ich renn da rein. Okay, Tolga, bitte. Wenn ich nicht mehr wiederkomme, weiß ich Bescheid. Ja, Tolga, du schaffst das, komm. Ja, das ist nett, danke schon. Komm schon, Tolga, komm schon, Tolga, komm schon, Tolga, komm schon, Tolga. Go, go, go. Ey, Jungs, äh... Was ist Sache? Ey, hört mich immer der Punkt. Miro ist Krankenhaus 2, wir müssen den Cargobob organisieren. Innerhalb von drei Minuten zwei jetzt am besten. Aufsacht. Ja, wir sind im Krankenhaus 1, aber Bordas stehen hier. Wir wurden grad von einem Ehrenmedic, äh... Miro ist Krankenhaus 2, oder? Ja, ja, wir sind 1. Okay. Der, also der ist nicht bei uns, der ist 3. Okay, 2 ist er. Wir sind 1. Eine, eine Bordas-Karra steht vom Krankenhaus 1, aber die ist leer. Gibt's hier Krankenhaus 1? Schau mal, wir holen jetzt einen nach dem anderen von euch. Wir holen jetzt Miro dann euch. Guckt, was ihr machen könnt, bitte. Ja, wir sind auf jeden Fall im Krankenhaus 1. Bleibt dort und geht in Deckung, bitte. Der Cargo kommt gleich. So Gott, bitte. Baustelle ich bin, baustelle ich bin jetzt tot. Ich bin tot. Ja, ich glaube, ich bin tot. Ich bin tot, nein. Kackele. Wo ist Miro? Krankenhaus 2. Okay, wir gucken, dass wir da gleich hinkommen irgendwie. Bitte lass deinen Cargobob angeflogen kommen jetzt. Bitte lass deinen Cargobob angeflogen kommen, bitte. Wenn hier was reinkommt, da hab ich mich mehr, ne? Ja. Ja. Mit Päuschen, natürlich. Ja. Ich bin übel auch. Ja. Was, viel Spaß. Hab ich was verpasst? Tolga, du hast es geschafft. Ja. In wem? Lass uns zu Krankenhaus 2, aber ganz schnell. Wir haben noch einen Flatello verloren, das liegt alles an uns. Miro, gehts noch gut? Miro, gehts noch gut? Miro, gehts noch gut? Wir befreien jetzt Miro und dann holen wir euch. Sag mal, habt ihr im Problem damit, wenn nicht 100 Jungs hinnehmen? Miro, mach das nicht. Wir sind sofort da. Wir haben Cargo. Komm nach Sachen. Toni, Toni, das Problem ist hier bei dem Krankenhaus. Kommst du nur von außen aus, darf man. Ja, okay. Wo sollen wir landen? Wir kommen nicht hoch. Wir sind in dem Ding hier drin und draußen steht alles voll. Nein, wie sollen wir euch holen? Keine Ahnung. Fliegs hoch, Pranzdäuger. Stress soll ich machen? Ey. Wenn ihr alles geben würdet. Okay, ich hab die abgehend. Ich bin aber übel. Oh ja, bitte. Regenerier dich und komm, bitte. Wir brauchen dich jetzt auch. Ich bin so fruchtig. Jungs, wir sind Krankenhaus 1. Wenn ihr uns hier mitnehmt, kommen wir auf der Krankenhaus. Komm, Krankenhaus 1 schnell, wir holen Logan. Und dann lenken wir die anderen ab und dann holen Miro. Jungs, alles toll. Oh nein. Und Borlaus. Ne, die sind wegen uns da. Die sind wegen uns da. Die machen nix, aber Borlaus stehen hier. Ich stehe komplett Borlaus. Fuck. Logan, schau mal jetzt. Meine Idee ist gerade, ich hol euch jetzt, wenn es klappt, innerhalb von einer Minute, Digga. Dann hol ich noch unseren Fratello, der verwundet ist. Dann machen wir Gampo vor Krankenhaus 2 und holen Miro. Geht das? Das kriegen wir so hin, denke ich, ja. Das Problem ist... Dann kommen wir jetzt... Erzähl. Kannst du ganz schön in den Karo rein? Wir müssen den auf jeden Fall auf Dach. Ganz schnell. Komm, wir sind Jungs, wir sind Jungs. Komm, wir sind Jungs. Miro, ich mach alles für uns. Ich schwöre. Ich schwöre nicht. Ich schwöre nicht. Ich schwöre nicht. Ich schwöre nicht. Wir sind jetzt Krankenhaus 1, gell, Tolga? Ja. Ich bin aber Krankenhaus 1. Wir sind Krankenhaus 1, Dach. Logan, kommst du da hoch oder nicht? Geht das irgendwie? Lande bitte auf dem Dach oder so. Ich glaub, ich hab nur Papier. Zeig dich nicht, Tolga. Zeig dich nicht so sehr, oder... Hä, was mach ich hier dem Heli? Hallo? Hallo? Hä? Wer bist du denn? Hä? Ich will hier gar nicht in dem Heli sein. Hä? Wo kommst du hin? Hä? Wie ist hier, hallo? Hä? 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 Pissig. Hä? Geh bitte. Geh einfach. Hä? Äh, jetzt schlecht. Junge, wie komm ich hier rein? Ich hab kein... Helles, bist du's oder was? Ja, ja. Machen Abflug bitte, wir kennen uns nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich schwöre, ich weiß nicht, wie ich hier reingekommen bin, Alter. Pass mal gut drauf auf. Wir sind Krankenhaus 1, Dach. Mir ist schwindelig. Logan, können wir dich da bitte holen jetzt? Fangen wir aus der 1, darf ich zittern? Junge, ich fühl mich wie ne Ratte in dem KT. Ja, die Karte hab ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich baue das Karte auf. Warum hab ich wirklich ne Karte? Ich kann da gleich unten reinfahren. Hier geht es schnell raus. Ja. Geht ins Auto von mir und dann fahren wir schnell weg. Oder so. Alles klar. Ich guck, warte, ich guck mal wie viele Baller da sind. Warte, ich guck auch nichts. Also wenn du willst, kannst du kurz auf der Straße landen, ne? Sicher, ich kann das schnell machen. Hier steht auf jeden Fall eine Ballerskarre mindestens und eine Spotterkarre, ja? Wenn du... Ja, pass auf, du kannst einfach mitten auf der Straße hier landen, wenn du willst. Okay. Ich lande jetzt mitten auf der verdammten Straße, Digger. Krankenhaus 1. Einer, zwei, drei, vier... Logan, wir timen das jetzt wie die Götter. Ey, lass mich kurz raus, äh, geh kurz raus, Digger. Ganz wichtig. Ja, fahren Sie mal ein Stück vor, dann uns zurück. Wir landen jetzt. Wir heben ab, gerade vom Dach. Wir landen zu Volklanghaus 1. Cargo ist offen. Komm bitte rein. Jetzt. Denk dran, noch mal zu und ausschließen. Aber Sie müssen noch... Bei den Lieder und Herrschaften aufpassen. Komm bitte. Komm, komm, komm. Ja, wir sind da. Rein da, rein da. Seid ihr drin, Jungs? Ich denke, sonst knallt's hier, Alter. Oh, Mann, Fernlein. Sonny. Du wirst sterben, wenn du rauskriegst. Abfahrt, Nico. Weck hier, Bruder. Weck hier, Bruder. Ja, Jodo. Wir haben Fakten des Todes. Oh nein, wir haben... Sorry. Wir sind tot, Jungs. Wir sind am Arsch. Punkt, äh, vier. Oh mein Gott. Jungs, schieß zurück. Wir sind am Arsch. Klick höher, klick höher. Ich versuche. Wir werden am Arsch gehen. Lass raus, lass raus. Jetzt? Wohin, Jungs? Seid ihr raus? Ja, ja, ja. Ja, ist los. Tolga, hallo? Jetzt, auf drei. Wir sind raus hier. Jetzt, auf drei. Wir sind raus hier. Alles klar. Drei. Jetzt raus. Geht raus. Das erste Wohnhaus hier einfach. Das erste Wohnhaus. Die folgen mir. Scheiße, die folgen mir. Nein. Ich hab noch den Cargo. Ich hab noch den Cargo. Kann man das nicht? Was ist mit Miro? Miro, ich kann nicht jetzt versuchen zu holen, Logan haben sie erwischt. Miro, ich bin in der Luft. Ich kann landen, ne? Sag mir Bescheid. Die Ballerscar ist unten voll besetzt. Voll besetzt. Wir müssen. Wir müssen. Miro, du musst aufs da. Da sind noch zwei Streifen. Okay. Miro, du musst aufs da. Ja, sorry, warte. Okay. Okay, wir gehen jetzt raus, Sonja. Warte, nein, chill, chill, chill. Ich muss landen, ich muss landen. Nein, 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 chill, ich muss landen. Wie landen? Ich lande. Hier sind noch Kopfen, du kannst hier nicht holen. Auf der Straße? Ja. Wie soll ich dich holen, dann? Digga, ich muss noch nicht. Lande einfach, lande einfach. Warte noch, warte noch, warte noch, warte noch, warte noch. Ich komm runter. Ich komm runter. Ich bin sehr weit hoch, Bruder. Warte, 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 warte. Warte. Ich komm runter, ich komm runter. Miro, ich lande, ich lande. Ich komm immer näher. 15, 20 Sekunden. Ich versteh grad nicht. Äh, Sonico. Ich lande, ich lande, ich lande. 13, 12, 11, 10. Wo genau? Links, rechts? Da, wo die... Ich komme, ich schwöre, ich lande direkt dort. Komm. Miro. Oh mein Gott. Ist das Ding offen? Ist das Ding offen? Ist das Ding offen? Abschlichen, ausschlichen. Komm rein! Go! Los, Bruder! Bist du drin? Miro, bist du drin? Miro, bist du drin? Miro, ich bin drin, ich bin drin. Oh, Bruder. Kann man aus dem Rufthaus schießen? Der wird nicht voll. Bruder, wir müssen hoch. Lass, lass direkt... Ja, schieß die weg, Bruder! Ja, ich fliege... Ja, ich fliege... Ja, ich fliege... Ah, wir facken, Bruder. Wir müssen Notplan machen, wo man runterspringt. Fuck nicht, Bruder! Ah, geh mit dem leeren. Ja, die quatschen fixen! Wir müssen mir nur sagen, woher lang ist. Wir sind... Ja, wir sind... Kann einer kurz gehen, wo wir genau sind. Wir sind growth tankig, glaube ich. Oder wo ist das, Digga? Nein, nein, nein. Highway, äh... Bruder. Ah, fuck fixen. Bruder, oh hier. Fuck. Holy shit. Ich hab's schon ab, Bruder. Oh, Niko, kannst du schießen noch, Bruder? Ja. Nein, kann ich nicht. Du musst recht fliegen. Ich fliege recht. So? Ja, genau. Gib ihm! Ah, Bruder! Fick ihn, Brinze! Alles gut, kannst du bitte Blatt machen! Bitte, Miro! Geht bei dir! Mach die Fotze kalt! Miro, es piept! Miro, wir fallen in der Höhe! Wir müssen raus! Miro, wohin? Scheiße, gib ein Call! Wir springen, wir springen, wir springen, wir springen! Es piept! Leute! Kann uns einer fucking holen! Wo landet ihr? Wo landet ihr? Wir sind... Mitten auf West Highway! Mitten auf West Highway! Oh nein, wir haben scheiß Platz! Wir haben scheiß Posi! Miro, komm her! Ich komme, ich fahre schon West Highway! Ich lande oben auf dem Berg, Digga! Ahhhh! Nein, ich lande nicht auf dem Berg! Ich roll den Berg runter! Komm unter die fucking Brücke! Bitte! Ah, ich roll den Berg runter, Digga! Komm bitte! Nein, Miro! Komm bitte! Nein, Miro! Nein, Miro! Ich weiß nicht, wo du bist! Ich glaube, in meinem Leben! Miro! Renn! Und bitte komm! Miro, mir ist ganz schwindlig! West Highway! Miro, ich bin fucking hier! Hast du uns? Hast du uns? Hast du die Standorte? Das ist der East Highway, Jungs! Das ist der East Highway! Oh shit! Miro, alles gut bei dir? Ich bin unterwegs! Ich bin unterwegs! Ah, Bruder! Oh, ich helf dir! Ich fliege sie beide! Wir sind gegen Smacks! Ich komm! Beide tot! Beide tot! Die haben den Lambo offen! Bitte habt den Lambo offen! Och, ihr seid so voll Idioten wie ich nie bei euch! Wo bist du? Wo sind die Shots? Ich hab deren Lambo geklaut! Kannst du dich abholen? Kann ich nicht! Ich bin so gut wie tot! Holy shit! Heil dich! Guck, dass du dich verbittelst! Ich bin safe! Entkommen! Ich bin 100% weg! Ich nicht! Hier ist mein neuer Schlafen weg! Oh mein Gott, wie dumm die sind! Ich hab beide weggefetzt und hab deren Auto geklaut! Shit! Da ist noch ein Baller! Miro, ich brauche eine Abholung irgendwo! Ich brauche irgendwo eine Abholung! Wir müssen uns irgendwo treffen! Wer ist das da unten? Bist du das? Ich brauche eine Abholung, man! Hat gar nicht irgendjemanden abholen von euch? Geh in Deckung! Ich bin jetzt Person! Komm auf die Schiene bitte am besten! Bist du ein Zwift? Nein, hier ist ein Zwift! Ah, Bruder, bist du das gerade hier? Fahr weiter! Ja, ja, ja! Fahr weiter! Ich komm jetzt auf die Schiene! Hier, fahr, fahr geradeaus! Ja, fahr auf über die Schiene! Ich komm jetzt auf die Schiene! Ja, sehr gut! Achtung! Alles klar, gib mir! Treffpunkt mit Miro, los!